Ich starte mal die Aufnahme, ich glaube, mit Two Port-Board-Guys, Two-Board-Guys, keine Ahnung, ich bin kein, äh... Keiner, der Englisch spricht, äh, sind die, glaube ich, nicht bei Funk. Das heißt, ich kann das eigentlich easy hier reinhauen. Jojo Gang, was geht ab? Jonas hier am Start für euch. Heute geht es um Daniela Ludwig, um geklaute Videos von Funk und um ein viel übersehenes Detail. Das ist simply... Ach, wirklich, lol. Das wusste ich gar nicht, Digga. Krass, Digga, du bist ein Insider. Heftig, Digga. Vielleicht solltest du es mal als Influencer-Marketing-Manager versuchen, Digga. Mit den Insider-Wissen, was du hast, Digga, wirst du reich. In der ganzen Blamage. Die Mach-Dich-Schlau-Insta-Page. Boah, Digga, ballern oder was, Alter? Bevor es losgeht, ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist mal wieder NordVPN. VPNs sind nützlich. Ja, 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 kommt, ist mir egal. Ja, 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 laber nicht. Nur weil... So kommt ihr bei nur 3,17 Euro... Aber ihr könnt auch den Code KuchenTV nehmen. Hashtag Werbung. ...im Monat raus. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Okay? Okay. Daniela Ludwig ist ja die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und entsprechend dafür verantwortlich, auch mal über das üble grüne Zeug, den Devil's Lattice aufzuklären und eben auch die verdorbene Jugend vom Konsum von Cannabis abzubringen. Dazu wurde die Website machdichschlau.de. Digga, ich denke die ganze Zeit bei dem ersten Blick, den man auf diese Seite haut, dass das Atzenkalle ist. Der sieht genauso aus auf den ersten Blick wie Atzenkalle. Wie kann man denn direkt beim Namen so an der eigentlichen Zielgruppe vorbeischießen? Anyway, Daniela hat... Hallo, aber es reimt sich machdichschlau.tv Die Seite auf Twitter angekündigt. Cannabis-Prävention auf Social Media geht in die zweite Runde. Gespräche um Cannabis werden meist sehr emotional geführt. Das ist das Kind von Atzenkalle und 3plus. Ja, man, ich habe mich doch... Oft kommen Fakten zu kurz. Ach, geil. Machdichschlau.tv zeigt von YouTuberInnen... Machdichschlau.tv Wir zeigen Ihnen die Aufklärung zu Cannabis. ...faschierte Inhalte. Los geht's mit dem Beitrag von MyLab. Damn, hohes Kaliber. Ich meine, damn, MyLab? Aber warte. Gut, dass ich dank Twitter von dieser Collabo erfahre. Äh, wait, wurde dein Video komplett ohne Einverständnis benutzt oder hat Funk dein Video weitergegeben, ohne dich zu fragen? Funk hat es nicht freigegeben. Okay. Upsi, Daisy. Das klingt ja gar nicht mal so super legit. Dabei ist die Webseite doch so wahnsinnig gut gemacht. Also geht es gar nicht los mit einem Video von MyLab, sondern ein altes Video von MyLab wurde einfach hier eingebettet. Anscheinend ohne ihr Einverständnis. Wie unfassbar peinlich. Ich meine... Da ist es tatsächlich aber so, dass du Videos einbetten darfst. Äh, das ist nicht gegen die... Äh, also das ist kein, äh, Urheberrechtsverletzungszeug oder so. Weil du quasi einfach das originale Video, also ein Bett ist quasi, dass es quasi immer noch auf YouTube abgespielt wird, über deine Seite sozusagen. Ich glaube, so kann man das sagen. Irgendwelche IT-Leute werden jetzt rumheulen, aber juckt mich auch nicht, Digga, ihr seid ein Nerds, sucht euch eine Freundin oder so. Ähm, deswegen, du darfst ja zum Beispiel auch irgendwelche Links von Videos bei, äh, YouTube posten zum Beispiel. Ne, wenn man sich das dann bei Facebook angucken kann, weil halt der Link da reingepostet worden ist, ist das auch keine Urheberrechtsverletzung, weil es halt immer noch dein Originalvideo ist, das nur auf einer anderen Seite abgespielt wird. Don't get me wrong, so die Inhalte der YouTuber, so von MyLab oder von Dr. Flo. Es ist natürlich trotzdem halt irgendwie weird, dass einfach irgendwelche Videos jetzt dafür benutzt werden, finde ich, gerade von der Bundesregierung, ohne irgendwie zu fragen oder whatever. Und ich weiß nicht, ob die da tatsächlich irgendwas gegen, äh, gegen machen können, dass die da benutzt werden. Das weiß ich nicht, ob man vielleicht sagen kann, okay, wir werden jetzt hier als Kampagnenträger gezeigt, obwohl wir ja nichts damit zu tun haben. Es werden einfach Videos von uns eingebettet. Das könnte ich mir halt eher vorstellen, dass man da gegen was machen kann. Aber das ist halt wirklich schon super weird, dass die einfach irgendwelche Videos nehmen und halt damit jetzt aufklären wollen, wo die halt nicht mal Ja zugesagt haben. ... und so auf der Webseite, das sind voller wichtiger Infos zu Cannabis und den Gefahren des Konsums. Weed wird teils schon verharmlost und... Aber Alkohol ist schädlicher, ist halt ein ablenkender Strohmann, so. Aber das mal beiseite gelassen, die Kampagne geht auf die Art und Weise natürlich überhaupt nicht fit. Ich meine, dann retweete halt das nächste Mal das Video, Daniela. Was ist denn hier los? Schlau. In coolen, poppigen Farben für die fesche Ju von heute. Die gab's schon vorher, bevor die Kollabo mit MyLab anfing. Unglücklicherweise hat die Kampagne zur Aufklärung Jugendlicher über die Risiken des Cannabiskonsums im Auftrag der BZGA nur circa, naja, 1500 Follower aufgeklärt. Hier gab es auch für kurze Zeit einen verkürzten 30-Sekunden-Ausschnitt vom MyLab-Video. Ganz neu hochgeladen, der ist mittlerweile offline. Warum eigentlich? Ich meine, 30 Sekunden aus einem 20-minütigen MyLab-Video. Ich nehme an, dass die Zusammenfassung akkurat und überhaupt nicht verkürzt war und dass da auch keine Perspektiven weggelassen wurden. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber zurück zum Thema. Die Aufklärung findet auf der Insta-Page ansonsten im regulären Fall über coole Clips, zum Beispiel mit dem... Und angeblich kriegt das euer Lehrer nicht mit. ...den erfolgreichen TikTok-Lehrer Herr Grimm statt. Schauen wir uns doch einfach mal den finalen und letzten Clip der Aufklärungskampagne an. Echt blöd, der Erste und Einzige in der Schule zu sein. Erstmal durchziehen, oder was? Ich muss es nicht vorlesen, ihr könnt es ja überlesen, ich bin ja nicht unge. Hallo? Hallo Herr Grimm, ich bin Maxime, warum ist die Schule noch zu? Äh, weil heute Samstag ist, Maxime? Ach so, echt? Du klingst ja mal wieder mega verpeilt. Ja, also, gestern Abend war zu wild. Ich sag mal so, wenn du dich an einem Abend mit Cannabis so heftig weghaußt, dann glaube ich nicht, dass du am Morgen um 7 Uhr vor der Schule stehst. So, ich glaube, selbst wenn der Wecker klingelt, wirst du den einfach ausmachen, dich hinlegen und weiterschlafen. Und jetzt hat man auch nicht checkt, dass Samstag ist. Ja, wir haben am Freitag was genommen, weil Wochenende war. Dann gehe ich jetzt am Samstag am besten mal zur Schule. Also, vor allem hat er sich auch angezogen und fertig gemacht und ganz ruhig ist er da hingegangen. Maxime, pass auf. Es ist seit einem der Besten. Der hat aber auch krankes Frühstück. Er hat eine Brotscheibe, aber Brunch, eine Käsescheibe und zwei Fleischsachen da. Wie will er das alles auf eine Brotscheibe packen? Persönliche Freizeitgestaltung, ja. Aber ein kleiner Tipp. Beim nächsten Mal vielleicht etwas weniger wild. Dann klappt es auch wieder mit den Wochentagen. Und bis dahin, mach dich mal schlau. Hier gibt es ja jetzt sehr viel zu entpacken, aber für mich am relevantesten jetzt erstmal, was ist das für ein Samstagsfrühstück? Es gibt mir richtige Depressionen. Ja, ne? Wenn du dieses Frühstück hast, Alter, am Samstag. Wenn du schon richtig frühstückst, so, äh, lass es einfach, Bro. Also vor allem in diesem Bademantel, ich, nee, nee. Vor allem Bademantel und T-Shirt drunter. Die Kommentare zeigen sich natürlich auch zurecht besorgt. Ich habe gestern eine Haschisch-Zigarette konsumiert und jetzt bin ich dumm. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Bitte helft mir. Ist so etwas wirklich passiert oder ist das rein fiktiv? Das frage ich mich auch, weil das ist ja ein absolut realistischer Case. Also so ist es ja, wenn man mit dem Devil's Lattice in Berührung kommt. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal als Referenz Daniela Ludwig zitieren und ihren Tweet. Gespräche um Cannabis werden meist sehr emotional geführt. Oft kommen Fakten zu kurz. Da finde ich, dass dieser Clip mit dem TikTok-Lehrer und dem geilen Schauspiel und dem tollen... Digga, das hat wirklich die Fakten gezeigt. Dankeschön an machdichschlau.tv für die Aufklärung, Digga. Absolute Ehre wieder an die Bundesregierung. Ich finde es gut, dass mit Steuergeldern so umgegangen wird, man. Ehrlich, da freut man sich richtig auf den nächsten Steuerbescheid da reinkommt. Da weiß man ganz genau, jo, damit werden auch Sachen finanziert, worauf ich Bock habe. Ein Dialog und Maxim allgemein super Performance. Das ist sehr faktenbasiert. Das ist Aufklärung. So muss man es machen. Aber mal real talk. Was möchte man denn hier als Regierung via TikTok-Lehrer kommunizieren? Und wie? Beim nächsten Mal vielleicht etwas weniger wild. Vor allem auch weniger wild. Naja, statt einer Cannabis-Lunte vielleicht eine halbe erstmal, ja? Dann klappt es auch wieder mit den Wochentagen. Wer hat das abgenommen und sich gedacht, yes, damit kriegen wir die Kids. So zeigen wir auf spielerische und lustige Art und Weise, wo es lang geht. Ich meine... Ja, also, gestern Abend war zu wild. Wie o... Ja, also, gestern Abend war zu wild. Das ist einfach... Das ist so schlecht gespielt, Digga. Ja, man, gestern Abend war zu wild. Oh, Mann, ey. Das muss ich unbedingt irgendwie meinen Sprachgebrauch einbetten. Unfassbar peinlich ist denn bitte diese ganze Kampagne. Ich meine, so untergräbt man sich doch einfach nur selbst. Es ist ein riesiges Meme. Dieser Kommentar fasst es halt ziemlich gut zusammen. Ich finde es schade, dass ihr damit denkt, Jugendliche auf Augenhöhe zu erreichen. Ja, Augenhöhe ist es einfach nicht. Es ist halt keine Augenhöhe. Facts. Und 60.000 Euro sind... Tja, wie viele Kindergärten sind das, ne? 0,3 oder so? Ist schon 0,3 zu viel. Das war nicht wirklich viel für eine vernünftige Kampagne so. Also keine richtig große. Ja, also im Vergleich zu Deutschland oder zu anderen Kampagnen sind 60.000 tatsächlich nicht so viel, aber es sind halt 60.000 verbrennte Euro, ne? Und ich meine, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn es halt 10 solche Kampagnen gibt alleine, dann sind das schon 600.000. So, das tut schon weh, ne? Aber dann macht halt weniger und dafür gut. Ein anständiges Video mit vernünftigen Infos, Quellenangaben, guten Animationen, ruhig, ernst, unaufgeregt und bitte nicht so bunt und lustig. Gestern Abend war zu wild. Oh, yikes. Okay. Kiffen bringt natürlich Risiken mit sich, das ist halt so, aber ein Clip mit solchen Lines? Oh, Lea Grimpen ist Maxim, warum ist die Schule noch cool? Was soll das kommunizieren? Ich meine, das geht so was... Vor allem, ich meine, er wäre jetzt anscheinend sagen, dass jeder, der kifft, einfach die Wochentage nicht mehr kennt oder so. Also wie gesagt, ich hatte ja auch schon meine Phase hinter mir, wo ich so drei, vier Mal die Woche geraucht habe, über zwei, drei Monate mal. ich kannte jeden Wochentag und ich habe auch noch meine Arbeit hinbekommen. Also ist auch nicht bei jedem so, man sollte nicht verallgemeinern, aber einfach zu sagen, ja, wenn du halt raus, dann kannst du die Wochentage nicht mehr, ist halt auch überhaupt nicht faktenbasiert so. Kleiner, kleiner Bonus. Walulis Daily hat den Manager der Firma hinter der Kampagne gefunden und das ist einfach so ein Billow Jeremy Fraquance. Der hat echt Punch. Das ist am ehesten letztes ich mit so einer gepfeffert. Uh, Noah, Dankeschön. Für die 18,22 Euro wird mal wieder Zeit für eine Donation an meinen Favorite-Minus-Blogger. Schönen Abend noch. Bruder, dir auch. Vielen lieben Dank. Hoffentlich sehen wir uns gleich noch im Chat, damit hier was abgeht. Denn hier geht's ab, wenn es abgeht. Die Zitrone beschreiben, ja. Also den trägt Mr. Gray auf. Digga, als ob das einfach der Kampagnentyp ist. Wenn er mal nicht an der Praktikantin drungen. Fifty Shades of KI. No Spot. Und, und seine Firma hat kein HTTPS auf der eigenen Website. So, das war's dann auch schon mit einem weiteren Beispiel einer politikgetriebenen, unendlich unangenehmen Social Media Kampagne ohne Effekt und ohne Reichweite. Also, ohne ironische Reichweite. Hoffentlich hattet ihr eine gute Zeit. Macht euch auch mal schlau. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr zu der ganzen Story denkt. Habt einen richtig nicen, entspannten Tag oder Abend. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Geht nicht aus Versehen samstags in die Schule. Oh, oh, whatever. Und feiert gut und case closed. Digga, es ist wirklich... Es tut wirklich einfach nur leid. Es tut einfach nur weh, man. Es tut wirklich einfach nur weh. Ehrlich.